Servus. Servus. Servus, Müller-Schokolade. Ja, die Money-Puddy von Müller. Nein, das hat nichts mit gewissen Menschen aus gewissen Orten zu tun. In der Nähe von gewissen Orten. Alter, weißt du, ich hasse dieses Spiel aufzunehmen, es leckt so krass. Was wollte ich jetzt? Ich habe vor dieser Folge etwas zu machen, nämlich irgendwas, was mit Kochen zu tun hat und dafür müssen wir jetzt erstmal was von... ...Bomen setzen. Hier. Für die Aussicht. ...Bibleo-Craft machen. Nämlich... Mann, jetzt habe ich vergessen. Ich weiß, was ich heute tun wollte. Du reich. Ich wollte heute mein Handy ausmachen, weil that's the rule. Und es hat gerade geklingelt. Das ist Handy. Ja. Das ist die Regel. Ich brauche mehr Silber. Wir bauen heute unsere Quarry. Ich weiß, wir haben noch keinen Strom, aber wir haben eine Quarry. Nearly. Wir brauchen eine Silber. Wir brauchen Irony. Und wir brauchen石. Und das ist was wir machen. Wir brauchen石. Und ich weiß, wir können nicht den Boden, weil es ist nicht. Should ich das? Ja. Wir brauchen zwei. Warum haben wir TREES in deinem Haus? Weil es ist lustig. Du hast Wood? Ja, auf mein Haus. Was? Wie kann ich... Wie kann ich... Ich habe gerade selbst eine Rüstung gemacht, damit ich keine Holz habe. Wir brauchen eine von diesen. Wir brauchen keine von diesen. Wir brauchen Gold. Wie kann ich da hochkommen? Warum soll ich da hochkommen? Das ist von mir. Nein. Du hast die dir schon genommen, oder? Ja. Ich wundere mich so, warum die nicht da ist, obwohl ich einen Chunkloader habe. Jetzt ist sie ganz weg. Ah! Wo bist du jetzt hin geportet worden? Ich wurde nicht geportet. Ich habe mir keinen Effekt bekommen. Schade. Ich klaue mir mal ein bisschen was von deinen Bäumen hier hinten. Nicht meine Allee. Dann replace it. Yes, I've replaced it. It is still there. There's just a... The tree stamp isn't there. Du wolltest über irgendwas reden, diese Folge. Ähm, ja. Hast du Suro gesehen? Nein. Okay, dann hat sich das schon erlebt. Weil ich bin ein bisschen triggered. Ähm, das nächste, was ich heute tun wollte, war... ...ne neue Gegend erkunden. Ich find's schon geil, dass ich dir damit gerade alles komplett... Sorry. Ne, alles gut, alles gut. Ich hatte noch keine Möglichkeit und ich weiß jetzt schon, dass ich triggered sein werde. Ich garantiere dir. Wer hat gewonnen? Ähm, ich hab's noch nicht fertig geschaut. Um ehrlich zu sein. Wow. That is a big disappointment, I guess. Nein, jetzt will ich's nicht mehr wissen. Ich kann so viel sagen, dass mir ein Eisenfeld fehlt. Weshalb ich jetzt einen zweiten Ofen bräuchte, aber ich brech einfach mal das hier ab. So, wir brauchen ein Kuttingboot, und wir brauchen ein Pop, und ein Gluten, und ein Zospan, und ein Backwaren, und ein Wasser, und ein Pastel, und ein Mixingboot, und ein Juicer, und... Oh, it's raining. Man, hallelujah. Na, ich mach mal die Musik. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bow, 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 bow. Knock, 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 knocking on heaven's door. Ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin, ne? We need one gold to go, and then we have a cutting board, so we need a pot now, a pot of gold. You're sure. So, I need another... Bing, bing, bong. Another diamond pickaxe, which I will not use. We have a pot now. Now we need a skillet there, a problem, so now, what we have here is, why doesn't this work? And then we have a Sowspan. Oh. Knock, knock, knocking on heaven's door. Fuck. I need more gold. Ich hab da was falsch berechnet. Ich hab gedacht, es reicht, wenn man ein Gold braucht für ein Diamond Gear. Aber ich wurde jetzt eines Besseren belehrt. Bitte Vorsicht auf der A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Bamberg und ich hab nichts geschaut. Das Radio und sobald ich rede, hör ich nicht mehr, was der Radiomensch sagt. Wallah. Sag halt einfach das Gleiche. Vorsicht auf der A671 zwischen. Wir brauchen noch einen Ofen und... Und wo ist mein Ofen und... Äh, well... Warte. Wie gehen diese... Nein, oder? Diese... Wie gehen diese Half-Slap-Furnaces? Slap-Furnace. Ich bin triggert. Weil ein Oak-Tool-Rack nicht funktioniert für die Dinge, die ich brauche. Oh, das ist lit. Das ist wirklich lit. Sind diese Half-Slap-Furnaces die gleich schnell wie normale? Das ist quasi ein gleicher. Okay. Dann ist es gut. Einfach S-W-4-5. F*** mit Missfit. Everything inside you. Nein, wir wollten nicht mehr sehen. Diese Stäffel. Stark entwistet. So am I. So am I. So am I. So am I. Bad-Bad-Fuck. Oh, wir haben schon genug und ich warte hier wie so ein Otto. Pff. Otto. Ähm. Sorry an alle Ottos, die gerade zuschauen. Oder Leute, die Ottos kennen und denken, Ottos sind awesome. Hier durch. Quarry. Palms. Harvest. Harvest. Cause baby I have diamond gears. And we have a quarry now. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So, jetzt können wir uns mit anderen Dingen befassen. Wie? Ähm. Strom. München. München. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Wie ist denn das beste, das beste Way, um Strom zu erzeugen? Hä? Äh, so wie in Deutschland. Kohle. Sterling generator. Gute alte Kohlekraft. Weil Kohlekraft ist gut. So kann ich jetzt dieses Radler trinken, ohne dass man weiß, wo ich herkomme. Nee. Verkann man nicht. Dann mal mit dem Edding drüber. Hm. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Everything inside you is dark and twisted. So. Ich habe gerade alle meine Cobblestones in Slabs gecrafted und ich brauche jetzt Cobblestones. So, den Ort streichen wir auf jeden Fall schon mal durch. Und auch das Obo. Ich mache gleich zwei Sterling Generators. Und dieses Gesicht auch. Denn wie jeder weiß, ist da Markus Söder drauf. Der König von Bayern. Oh, ich habe Cobblestones. Danke, Gott. Danke, Gott. Es ist... Boah, es ist schrecklich und es riecht wirklich schlecht. Das Radler. Huh, huh, huh. Der Edding. Hey, ja, ja. Das Tüdel da mehr als das Radler, ey. Alter, das Ball hat gerade echt mehr als das Radler. Heilige Scheiße. Sie hat mehr Strom, Sterling Generator. Oder? Oder der, 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 ähm, wie heißt der andere, der, der Furnace Generator. Alter. Ich mache den Furnace Generator, ganz ehrlich. Der ist besser, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Gut. Aber der ist halt... Der High Temperature Furnace Generator ist halt immer noch billiger als eine Sterling Engine. So, I have my cooking gear ready. Papa, muss dir was sagen. Deine Mama hat nen Haken. Ich kann es kaum erwarten, dir die Schritte zu gehen. Dir die Dritte zu geben? Ich hätte das Rad noch einfach aus dem Bild halten können. Weiß, was ich jetzt mache? Mach ich jetzt ne Sterling Generator oder ne? Weiß, was ich jetzt mache? Ne. Pommes. Was? Pommes mache ich jetzt. Alter, Pommes. Nein, ich baue jetzt Pommes. Pommes on my thing. Pommes on my thing. Ich mache jetzt nen Furnace Generator. Ich habe nämlich mehr Eisen als Stein. Ich glaube ihr, ich kann... Ich kann es kaum erwarten. Dafür brauche ich Bakeware. Ich will das nicht mau. Nein, ich will das nicht mau. Nein, ich will das nicht mau. So, was brauche ich jetzt? Delighted meal? Steak and chips. I make steak and chips now. Do you have meat? No. Doch. Schon gebraten. Schade, das brauche ich, glaube ich, ungebraten. Da spielt. Papa, muss dir was sagen. Ich werde endlich Vater. Geh mal bitte schlafen. Mama hat einen Atem. Kannst du bitte aufhören zu singen und irgendein Thema ansprechen? Okay. Ich google. Deutsche Bahn. Hier ist scheiße. Thema Bandit. No, I don't want that. No, I don't want that. Yes, I want that. And then I want that. And then I... Der Enderman ist low. Wo ist er hin? Der hat sich gerade ins Wasser geportet. Der Sack. Sack. I want him. So bad. I want him. There he is. Don't port yourself. Don't. Spit it out. Spit it out. He's angry at my self-reliance. Alter, lass mal über... ...Weißbrot reden. Alter. Wenn ich... ...mein Handy vibriert... ...etwas... ...eine Empfehlung aussprechen kann... ...dann kauft euch nicht gut und günstig Weißbrot... ...sondern eins aus... ...aus den Niederlanden von Jimbo. Alter. Das schmeckt so scheiße. Ich hab ne Cori und Strom. Ich wollte die da gerade draufsetzen. Das wäre ein Fehler geworden. Du weißt, dass wenn du das abbaust, der Strom weggeht, ne? Ja. Ich hatte nicht vor, das abzubauen. Das ist ein bisschen stupid. Silence. Do you have meatball, meatball, spaghetti underneath? Ravioli, ravioli and... Give me the formula. Maserati. Ne, wie geht das im Englischen weiter? Every time I think I'm falling. Ne, Weißbrot ist echt ein gutes Thema. Warum singe ich die ganze Zeit? Weißbrot ist jetzt ein gutes Thema. Welches Weißbrot isst du denn hauptsächlich? Ich hab hauptsächlich... ...ein Weißbrot. Ich erinnere mich von Nudeln. Nein, aber wenn... Wo kaufst du denn dein Weißbrot? Wenn du es kaufst. Also beim Bäcker. Nein. Im Rewe. Ich kaufe es im Rewe, ja. So, wie... Nicht beim Bäcker. Welches Weißbrot? Sandwich-Toast, oder? Ich kaufe eigentlich gar kein Weißbrot. Du hast das Thema... Ja, die großen halt. Ja, genau. Nicht die kleinen, oder? Wenn. Ja, aber momentan, weil ich es geiler finde, kaufe ich mir mal diese Drei-Korn-Dinger. Okay. Die sind gesund. Na, das ist vielleicht... Und schmecken besser. Aber die schmecken besser. Also ich kann sagen, gut und günstig Butter-Toast ist echt... Disgusting. Disgusting. Nein, ich hole natürlich... Ich hole natürlich die Marken-Dinger. Von Marken, die ich jetzt nicht nenne. Echt jetzt? Yes. Okay. What is missing? Ich hab kein Airan mehr. Ah, da ist noch was. Wann haben wir eigentlich eingefangen, Airan zu sagen? Gebetet nicht. Maserati. Was? Ne, aber wo würdest du sagen, in welchem Supermarkt gibt es das beste Weißbrot in Deutschland? Kaufland. Kaufland. Ja. Okay. Da wisst du das, Leute. Bei Kaufland. Ich bin ja offiziell kein Rewe-Mitarbeiter mehr, deswegen kann ich das sagen. Ich kann nicht sagen, wo ich arbeite. Servus. Servus geht raus. Servus geht raus an alle Mitarbeiter von Rewe. Hast du Bock mit mir was zu essen? Dann komm mal bitte... Ne, warte, im Spawn gibt es keinen Tisch, ne? Doch. Ne. Aber nur so ein Schreibtisch. Fliesentisch. Ja, okay. Dann komm ich zu dir, wir essen jetzt mal was gemeinsam. Ich hab gekocht. Alter. Cordmo hat gekocht, Cordmo will jetzt essen mit dir. Hier. Hier. Schaut mal was, was ich hier habe. Was? Hier. Wir essen jetzt was. Ich hab keinen Hunger. dann lassen wett sprint zum sport machen lol nein alter ich kann nicht mehr sprinten okay jetzt kann was essen bringt ja voll das hat halt nicht gereicht muss so ein steak dahinter schmeißen war ja nicht nur schon ein steak dabei kocht nur hat gekocht ha es kam bei gott schürze jetzt bei spreadshirt auf meinem meiner website meinem sex shop wendig und die vorgarten im dach nach dem sack dankeschön das hat meiner in die hose gegangen bzw bei dem shop aus der hose rausgekommen well that went wrong weißt du was mir gerade auffolgen freundlich ist not time to end ich habe einfach hunger wie dass du bei mir die scheiß tür abgebaut hast ich hab die tür nicht alter lava nicht seine scheiße ich habe eine zigarette geraucht weiß okay bin drüber weg passt kann man hier zigaretten in dem spiel herstellen nein lass es stinkt stimmt eigentlich kann man hier zigaretten herstellen nein lass es stinkt okay ich habe keine iron mehr ich gehe mal ein rauchen ich gehe dich ein eisen ein eisen vier stück um genau zu sein dann gehe welches farmen 1 2 3 4 5 ich habe jetzt einen alloy smelter cordmo hat noch nichts cordmo wird die letzten vier minuten in den neta gehen aber ich muss auch in den neta ich komme mit ich komme mit ich finde den sparen echt schön denn ich brauche quarts sonst kann ich den shit nicht kraften den ich kraften möchte ich finde den sparen echt schön ja der hat was vor allem mit dem mit dem windrad wasserrad windrad ne ich habe mir extra mühe gegeben dass die der den ganzen tag über strom macht tagsüber leuchten die lampen nicht vielleicht nur nachts als ob hier gleich eine festung ist ja nicht echt jetzt da vorne ja geil sexuell um das mal anzusprechen ich habe keine blöcke dabei ja sexuell nach holz wir müssen da runter oder lol ja sexuell ja das war sc dilemma Jan'i nein k Women förr whoo of and on that big disappointment stand dan thank you so much for Watson good n It see you do moro buy use Vielen Dank.